Moin Leute, euer Captiver hier und willkommen zurück in meinem Anno 1800 Let's Play. Wir haben in den letzten Folgen, oder in den letzten Folgen muss man schon fast sagen, uns hier die ganzen Layouts aufgebaut. Einmal auf der Insel Farminghausen, wo wir alles, was die Waren, die die Bewohner brauchen, angeht und im Rohrpott, alles was wir für Baumaterial und so weiter brauchen. Von daher wollen wir in dieser Runde jetzt mal schauen, wie wir denn unsere ganze Insel entsprechend optimiert, erweitert bekommen und vielleicht auch die ersten Upgrades hier fahren können. Um das aber besser bewerkstelligen zu können, ist jetzt Schritt 1, weitere Schiffe herzustellen. Das wollen wir machen. Die Arktis wollen wir in den Blick nehmen. Und dann schauen wir mal, was da noch so alles dieses Mal rauskommt. Von daher könnten wir hier vielleicht auch nochmal ein zweites Motorenwerk dazunehmen. Ich denke, wir haben hier genügend Ressourcen. Die Arktis, die läuft. Das können wir an der Stelle mal so lassen. Von daher widmen wir uns in einer der folgenden Folgen einfach danach. Und wir sehen, hier gibt es schon die Upgrade-Party. Die Upgrade-Party geht los, das ist schön. Wir gucken auch mal hier, dass wir den Besucherhafen irgendwie ausgerichtet kriegen. Da fehlen uns aber noch diverse Items. Von daher Bäckerei, Konserven, Ingenieur, den brauchen wir hier. Lehmgruben. Dann machen wir alles mal nach Farminghausen. Das können wir hier auch. Schnapsbrennerei bleibt hier. Tierhöfe, Minen lassen wir da. Produktionsgebäude, jawohl. Das lassen wir auch hier. Oh, und genau das auch. So, die Fische auch. Was haben wir noch? Den Bäcker können wir mitnehmen. Ziegeleien, Bettungwerk. Den bringen wir auch mal hier rüber. So. Brauchen wir denn noch? Gerade jetzt schon mal den Upgrade. Müssen wir hier mal ein bisschen zumindest upgraden, dass wir aber überhaupt mal eine Chance haben, zumindest hier ein bisschen unsere Einwohner nach vorne zu bringen. Also, wir haben jetzt hier volles Lager. Und wir kommen im Moment nicht hinterher mit dem Ganzen. Also, dann brauchen wir jetzt mal die Items, die jetzt noch hier übrig sind. Die wären Bettungwerk. Nein, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Damals auch nichts. Gut. Mutzfink. Den nehmen wir jetzt mal mit. Und wir werden uns mit dieser Fregatte und der anderen. Nein, wir widmen uns mit beiden wieder den Materialien. Hier gibt es wieder nur. Hier gibt es keine guten Schiffe. Echt keine guten Schiffe. Das ist echt bitter. An der Stelle. Von daher schauen wir uns jetzt die Insel an. Die können wir uns jetzt auch schnappen. 500. Ja, ach. Passt auch. Jetzt gibt es gleich erstmal Minus. Jetzt sehen wir mal, was da noch gebraucht wird. Oh. Erschwaren Sie dem Kaiserhaus diese Schmach. Dem Kaiserhaus diese Schmach. Okay, ja, machen wir. Die machen uns jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Das ist schon mal gut oder schlecht. Können wir selber überlegen, wie es denn so ist. So. Die haben wir auch. Die Kanonen. Gut. Hören wir mal mit. Klavier. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht besonders viel hier bringen. Das bringen wir alles zurück. Gut. Von daher. Gut, die hat jetzt noch eine Insel. Hat sie noch. Die kann sie jetzt erstmal behalten. Die tut uns nicht weh. Wir machen die Einwohneraufgaben nebenher. Wenn wir sie denn sehen. Und finden. Hier ist sie. Vielleicht taucht ja mal hier ein gutes Gruppe aus. Super, jetzt haben wir doch hier eins. Okay, wir haben eins aber dem. Das gefällt ihm nicht. Interessant. Erfolg. Genau, was der Arzt gefällt. Und jetzt Schaffer. Ah, die bringen uns jetzt nicht so viel. Okay. Wir haben jetzt auch keine Besucherhafen. Keine Besucherhäfen. Deswegen gehen wir jetzt hier in dieser Runde vor. Und schauen uns das an. Also, wir stehen hier. Haben Kohle und Eisen. Sehr schön. Dann brauchen wir hier mal zumindest zwei, vielleicht sogar drei. Und das gleiche machen wir natürlich hier auch mal zwei Stück. Wie das sieht aus. Ja, das sollte jetzt für den Anfang mal reichen. Vielleicht gleich so. Oh, da müssen wir ordentlich, ordentlich Einwohner nach oben hauen. Man spürt das niemals. Und hier haben wir auch gerade, sehe ich, keine Chance, aber das machen wir anders. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch mehr. Noch mehr Holz. Das brauchen wir jetzt ja am Anfang noch nicht. Reicht noch sehr schön. Gut. Können wir jetzt hier mal Holz laufen lassen. Jetzt müssen wir auch hier nochmal nach vorne gehen. Wir brauchen jetzt Wurst. Wir brauchen Blei. Äh, Wurst. Wir brauchen Brot. Und zwar jetzt eigentlich alles. Da schauen wir uns das doch gleich mal an. Ja, da kann es auch da bleiben. So, Ziegelein denn. Brauchen wir hier nicht. Schreinereienfensterfabrik. Gucken wir mal auf der anderen Insel. Aber rein. Die Lehmpuben. Salpeterwerke. Tö, tö, tö. Jetzt gucken wir mal auf der anderen. Ja, ich glaube, das waren es alle. Und Servan. Gut. Da könnte man dann sogar die Bücher reinpacken. Die müssen wir auch mal noch kaufen. Wir haben ja jetzt genügend. So. Da haben wir schon mal so ein Schiffchen. Das können wir hier schon mal mitnehmen. Ins Kap. Ins Kap. Das nehmen wir nochmal mit. Ja, das können wir mitnehmen. Man hat nicht. An dieser Stelle. Nehmen wir mal drei mit. Machen wir sowas in die Fenster. Bin ich jetzt blind geworden? Da ist es in die Fenster. Jawohl. Und den Besucherhafen, dass wir da auch mal vorwärtskommen. Eine Fotografie. Schiffwerke. Oh, da waren wir zu schnell wahrscheinlich. So, da machen wir das Foto. Und ab geht's. Was gibt's Gutes? Liegen wir da was Sinnvolles? Wahrscheinlich nicht. Naja. Dass jetzt so viel hilft. Sei mal dahingestellt. Ja, aber der Ausbau geht weiter. Ein neuer Auftrag. In Farminghausen nach Ground Falls haben wir bisher Wurst. Diese äh, Wurst geht's, sag ich schon. Klamotten. Schnaps. Schnaps haben wir im Moment noch nicht. Wir haben auch keine kein Weizen. Von daher müssen wir uns das alles mal noch überlegen, wie wir denn das angehen wollen. Ja, das hier hat keine Anbindung. Das hat jetzt keine Anbindung. Oh ja, das hat keine Anbindung. Das ist schlecht. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, jetzt hat's aber eine Anbindung. Okay, das erklärt's auch, warum wir hier die Wurst noch nicht haben. Befehlende Ware. Ja, das passt doch hier. Da müssen wir auf jeden Fall uns was überlegen. Items. Haben wir schon irgendwas für Tierhilfe haben wir. und die Bäckereien. So, können wir hier schon mal reinsetzen. An der Stelle. Bäckereien kriegen einmal die Schokolade dazu und diesen Bäcker. Bei den Weberreihen müssen wir uns aufpassen. Das sind die hier. Da können wir arbeiten mit... Ah, halt, das war das Falsche. Arbeitskräfte minus 40. Ja, die können wir vielleicht für den Anfang mal nehmen. Und das haben wir noch. Wir haben hier noch die Konserven. Die brauchen wir noch nicht. Schnapsbrenner, Brauerei. Die können wir beides mal verwenden. Tierhöfe vielleicht noch. Dass wir hier zumindest in der Lage sind, nach und nach. Ganze jetzt mal. Produktion hoch. Arbeitskräfte runter. Und da könnten wir dann hier relativ schnell eine weitere Upgrade-Party veranstalten. So. Die werden jetzt unzufrieden. Und werden die unzufrieden. Uiuiui. Ich bin stinksauer. Okay. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Der Nicht-Angriffspakt. Okay. Mal schauen, dass wir es hier unten haben. Dann brauchen wir hier irgendwo mittendrin mal einen. Können wir hier rein machen. Und da. Der Nicht-Angriffspakt. Den verlängern wir an der Stelle. Sie bewundern den Schwung meiner Arten. Absolut sicher. Ja. Warte. Ja, halt. Das ist doch wieder nur sein Trick. Wird jetzt eh nicht mehr so viel. Von daher nehmen wir mal die zwei Inseln hier auch noch ein, wo wir irgendwie können. Wenn das jetzt gerade blöd wird. Wo könnten wir hier noch was einnehmen? Gerade in dem Moment. Nirgends mehr. Ach, ich wollte das Ei nehmen. Okay. Das war das Problem. So. Schauen wir uns erst mal. Die größere Insel nehmen wir erst mal. Gut. Wollen wir auf jeden Fall genügend. Sonst würde es nie was geben. Okay. Nehmen wir noch mal 50, 100 lange. So. Die nehmen wir auch noch mal mit rüber. Capture Lorne, Ground Falls. Ab geht's. Ab geht's. An der Stelle geht's. Da gibt's wieder eine Quest beim Hugo. Abholaufgabe. Okay. Da müssen wir es abholen. Wahrscheinlich unser Lackschiff. Lackschiff. Hier. Hier fangen wir mal den ganzen Spaß ab. Nein. Jetzt muss man es zurück in die alte Welt. Jetzt wird das nie was. Alle leer jetzt an dieser Stelle. Gut. So. Dann räumen wir da mal aus, was wir hier nicht brauchen. Das ist alles der Transport. Jawohl. Minen. Minen könnten wir eigentlich auch mal einen da noch da lassen. Aber im Moment hilft es uns auf dieser Insel am wenigsten. Immer eins weiter. Und schauen wir mal, was wir hier noch transportiert bekommen. Wir haben ja hier nicht so viel, gell. Das ist halt das Thema. Wir haben auch noch nicht viel ausgebaut. Von daher. Wird es uns hier im Moment wahrscheinlich nur bedingt helfen. Brauchbrot. Ja. Wir sollten jetzt hier mal. Was fehlt uns hier? Fehlt uns Eisen. Wenn wir das Eisen mal haben. Wird es auch bedeutend besser. So. Genau. Und da lassen wir jetzt mal dieses Item da. Gut. Jetzt müssen wir schauen, wo haben wir die Karte. Schiffs-Item haben wir nur das. Nur das Item haben wir hier im Moment. Ja. Hm. Wo habe ich die königliche Schiffsdinger da hingebracht? Ah, okay. Doch, was gemein ich auch mit denen mache. Ja. Wollen wir aufnehmen. So. Wir haben jetzt hier. Klavier. Königlicher Immunitätsbrief. Jawohl. Den nehmen wir dann mit dem nächsten Schiff rüber. Ah, das läuft hier alles. Da haben wir die Sachen gesichert erst mal. Schauen wir mal noch nach Items, dass wir nicht so viele Dinge vielleicht brauchen. Habsbrenner. Bauer. Arbeitskräfte. Ja. Ist auch nicht verkehrt, wenn wir zwischen die Layouts bauen. Keine Allianz mit dir, mein Freund. Drillen machen wir später. Erfahrene Pflanzer. Ja, wir brauchen eigentlich Getreide. Brauchen wir. Dann nehmen wir ihn mal mit. Sucherhilfen. Fensterfabrik. Noch nicht. Oh Gott, nähermaschinen. Nee, nee, nee. Die Salima. Oh, dann ist der Garrick der Stopp. Die Webereien auch noch. Jawohl. Also alles mit ins Kap. Farminghausen. Jawohl. Was soll das andere? Würde ich sagen. So. Müssen wir hier halt die ganzen mal hochbringen. Das ist ja nicht so einfach. Und gibt das hier echt nur bedingt was. Wir brauchen da auf jeden Fall mal mehr Baumaterial. Jetzt schauen wir mal. Hier haben wir eigentlich doch genügend Baumaterial. Und daher machen wir einfach mal eine Route, würde ich vorschlagen. Mal eine Route, wo man das Baumaterial dauerhaft rüber liefern. Oder wir pushen das auf der anderen Seite mal, ja. Lassen wir es mal hier jetzt schneller laufen. Lassen wir es mal sehen, was hier abgeht. Also hier geht auf jeden Fall mal Holz nicht besonders. Daher machen wir das hier mit, was geht. So, geht hier noch irgendwo was? Jawohl. Du bist ein echter frei. Ja. Hier geht noch was rein. Hier. Hier. So. Ich kann nochmal jetzt hier mal was machen. Würde ich sagen. Die passen auch. Hier noch nicht. Hier passt's. Hier passt's. Alle angebunden. Wo haben wir noch welche? Hier gibt's noch welche. Die Flammen sind außer Kontrolle. Da. Nicht dramatisch. Das Ganze. Aber nicht genügend Arbeiter. Hier sollten wir. Oh, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal. Ah, das ist schlecht. Okay, das kostet gar keins. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wir brauchen definitiv jetzt mal Holz. Und gibt das hier gar nichts. So, Kniekornen haben wir hier nicht. Mien. Metzgerei. Das kann alles mit. Und jetzt nehmen wir da mal Holz mit. Machen wir das so. Na, ich bin hier noch nicht gut ausgestattet. Das müssen wir einfach noch weiter optimieren. Sonst wird es nie was geben. Tungwerk Ziegel. Ja, das haben wir. Gut, von daher. Gut. Prowaganda. Wollen wir nicht. Nicht allzu viele Änderungen. Muss aber jetzt hier mal schauen. Was haben wir hier noch? Gut. Gucken wir mal, wie viel haben wir zwar das lang noch nicht. Lektorieren. Würde ich sagen. Ich nehme das mal jetzt so. So. Sollte passen. Oh, da sind jetzt ein paar Schiffe wieder fertig. Das ist gut. Gut. Wollen wir mal. Wiegel haben wir auch wieder am Start. Ja, Eisen brauchen wir da eigentlich viel, viel mehr noch. Aber gut. Was haben wir jetzt hier noch für Items? Königlich Immunitätsbrief. Den nehmen wir mal mit. So brauchen wir später drüben. Und das Charter, das vermeine ich alles noch nicht. Später halt mal. Sonst nehmen wir jetzt mal Ware noch mit. Einmal das. Gut. Und ab nach Crown Falls. Gut. Damit nehmen wir nochmal mehr Ware mit. Mensch, das was wir jetzt halt gerade brauchen. Die Baumaterialien. So. Damit sollten wir doch jetzt langsam mal genügend drüben haben an dieser Seite. Und hier kommt es jetzt rein. Und dann die Items. Jawohl. Wir nehmen sie an Bord. Und wir liefern es ab. Jawohl. Ein Wiegel. Die Ölschiffe bringen uns jetzt gerade nichts. Ja, die aufzukaufen macht auch jetzt weniger. Einflüsse. Wir brauchen definitiv jetzt mal Einfluss. Das heißt, wir müssen alles dafür in Bewegung setzen. Nichts ran. So. Wir müssen hier zumindest mal ein bisschen Gänse haben. Haben wir es auch noch nicht angebunden. Gut. Gut, gut, gut. Läuft jetzt erstmal hier. Da müssten wir jetzt genügend Bretter am Start haben. Wir haben auf dieser Insel... Was macht die Produktion? Also. Brauchen wir uns doch mal die... Oh, da brauchen wir was noch dafür. Oder brauchen wir jetzt langsam wieder mehr Einfluss? Okay. Auch mehr Einfluss, ganz klar. Also brauchen wir hier den Ausbau. Alles andere. Macht keine Sinn. Also Brot. Dazu sollten wir jetzt hier in der Lage sein, mal irgendwo... Oder vielleicht ganz gut hier machen. So. Bauen wir doch das. Wo setzen wir es dran? Wahrscheinlich so. Und... Die Handelskammern. So. Vielleicht hier irgendwo mittig. Die kriegen wir eh nicht rein. Da hätten wir noch ein... Ganze drin. Hier haben wir noch nichts. Haben wir noch ein paar... Dinge. Die zwei nehmen wir mal mit. Hier noch nicht. Vielleicht... Da noch was mit. Die Lehmgruben bringen uns da noch nicht weiter. Das passt auch. Okay. Dementsprechend... Könnte vielleicht gerade so gehen. Müssen wir uns das nochmal anschauen. Und hier können wir vielleicht auch nochmal was reinbauen. Dann bauen wir hier zumindest jetzt mal das ganze Areal auf. Das ist jetzt einfach mal einen mehr. Mit Schnaps. Die bringe ich jetzt gerade nichts. Geht er da rein. Ja. So. Damit wären uns alle... ... am Stock. Das ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Nummer eins. Nummer zwei. Gut. Das passt auch. Da müssen wir hier mal... ...zumachen alles. Das wird jetzt nicht wirklich passen. So. Winter darf auch hier. Gut. Mal schauen. Da kann man noch mehr reinpressen. Machen wir mal. Hast du deinen Beitrag geleistet? Erwischte noch. Gut. Wollen wir... Und? Geht's nochmal weiter? Klicken sie auf das Hospital. Jawohl. Die kennen wir drauf. Gut. Die hätten wir. Machen wir erst mal den Ausbau. für... für... für Schnaps weiter. Ah, Mist. Okay. Der... kann uns jetzt hier nicht viel helfen. Da kann man noch mal einer rein. Hier einer. Mal gucken, ob man so viele überhaupt da rein kriege. Naja, wird nicht der Fall sein. Also kann da gleich mal einer weichen. Und... ja, ist halt nicht optimal, aber müsste passen. Zack. Gut. Und die letzten hier. 50. hast du auch wieder. Sehr schön. Damit haben wir ja hier... ein paar drin. Ups. Haben wir denn? 46. Passt. Damit haben wir es optimal jetzt ausgebaut. Hier mal das Eck. Kriegen wir hier oben das auch nochmal ausgebaut. Wahrscheinlich schon. Damit sollten wir doch eigentlich... einiges am Start nachher haben. Ah, ne. War wieder blöd. Das war blöd, die zwei. Ne, komm, die lassen wir jetzt auch schon mal weg. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall mal ein paar. Ein Stück. Und jetzt brauchen wir mal die Brauereien. Äh, die Schnapsbrennereien. So würde ich sagen. Jetzt hier mal ein paar. Gott. Schnaps wird dadurch jetzt auch geliefert. Ich bin wirklich Herr. Sollte doch jetzt alles auch hier passen, oder? Warum auch immer die hier ein Problem gerade haben. War eine Kirche. Kirche brauchen wir auf jeden Fall dann auch noch. Jetzt im Moment. Aber erstmal nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir denn hier... Brot hinbekommen. Also brauchen wir ohne Ende jetzt mal... Ja, jetzt mal... So, dann machen wir jetzt mal... Notdürftig bauen wir das Ganze jetzt mal auf. Weil ich jetzt nicht weiß. Das wird eh nicht so stehen bleiben. So, dann machen wir jetzt genügend. So. Das hat 44. Aber nochmal eins. Ja, jetzt machen wir jetzt mal zum anderen Zeitpunkt. Die Traktoren. Können wir ja alles irgendwann mal noch optimieren. Werden wir eh optimieren müssen. Oh. Ne. Ein Fehler habe ich hier im System. Und zwar brauchen wir hier zwei Linien. Sonst war es das. Das müssen wir auch vorsehen. Das wird es schwer. Dann machen wir es nochmal neue. Also. Also. Von hier. Hoch. Ein. Mal eins. Nummer zwei. Schiff vom Stapel gelaufen. Nummer drei. Nummer vier. Nummer fünf. Die werden wir nachher eh alle optimieren müssen. Mit diversen Items. Jetzt im Moment haben wir sie halt noch nicht. Deswegen. Versuchen wir unser Glück jetzt erstmal mit dem, was wir haben. So. Gleiches hier oben. Das wird man eh alles irgendwann wegmachen. So. Ja. Das haben wir. Das ist ja schön. Ab geht's. Wir brauchen Weizen, Getreide, auf geht's, meine Freunde. 144 und last but not least. So. Haben wir das. Jetzt brauchen wir mehr Bauern. Mehr Bauern braucht das Land. Was in aller Welt. Hier fehlt auch der Marktplatz. Dann machen wir da nochmal einen hin. Da kriegen wir doch auch einen Marktplatz rein. Und hier wahrscheinlich dann. So. Also gut. Würde ich sagen. Passt hier auch. Geht hier der Ausbau mal weiter. Sollten wir genügend Bauern haben an dieser Stelle. Und wir sehen gleich. Jetzt müssen wir mal die Bäckereien uns noch schnappen. Da haben wir ja den Bäcker drinnen. Der braucht nur Weizen. Bäckerei Schokolade kriegen wir da schon. Mehl vergibt Weizen. Das ist schon mal sehr schön. Also nehmen wir mal hier schon mal. Nehmen wir hier mal 5. Und brauchen jetzt mal ein Schiff. Jawohl. Da gibt es jetzt nur Brot. So. Wurst haben wir, Brot haben wir. Was fehlt ihnen noch? Seife. Die Seife, die ist jetzt nicht ganz so. Geil. Gucken wir mal. Da wird auch schon was haben. Schnappspannerei. Produktionsgebäude. Nö. Müssen wir uns hier einfach mal überlegen. Wie wir dann die Seife hier noch gut hinbekommen wollen. Könnten wir hier machen. Siederei brauchen wir. Machen wir mal nicht zu viel. Weil das macht einfach dann auch keinen Sinn irgendwann mehr. Dafür brauchen wir aber jetzt auch schon Ziegel. Einen Ziegel haben wir hier nicht. Die haben wir nur auf dieser Insel. Denke ich. Ruhrpott. Eifenmeisterin. Da haben wir mit. Da haben wir noch keine. Keine Strecke. Du bist nicht der erste Sklave. Und daher nehmen wir mal. Machen wir mit. Auch mit. Ja. Ausladen. Ups. So. Superhafen und fertig gebaut. Damit können wir jetzt die erste Robote hier rüber. Wir brauchen. Ziegel. Nehmen wir mal zwei mit. Wir brauchen. Ach so. Nehmen aber auch die Fenster. Schiff vom Stapel gelaufen. Und das hier mit. So soll das doch jetzt mal am Anfang vermutlich passen. Jawohl. Gleiches. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Aufstand hat in Trümmer gelegt. Ja. Schön. Endlich am Ziel. Dann sehen wir mal auf Ihren Befehl. Gut. Eins. Drei. Drei. Vier. Dann gibt es damit auch eine Route. Wir brauchen. Ziegel. Wobei. Nehmen wir machen das. Doch klar. Wir brauchen das schon so. Wie bauen wir denn das? Für die lassen wir uns tatsächlich auch liefern. Ziegel. Eisen. Fenster. Die Bauroute. So. Wollen wir doch mal sehen. Was denn hier alles noch geht. Gut. Am letzten Mal war alles genau gleich. Damit haben wir die. Jetzt geht hoffentlich mal. Ah. Jetzt müssen wir den Konto mal noch ausbauen. So. Dass wir mal lagern können. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen Upgrade Party machen. So. Sehr schön. Hier vielleicht noch Upgrade Party. Ah. Zum Beispiel das Schiff ist leer. Und das hier. Jawohl. Da geht es auch. Damit wir jetzt nicht ganz so schlecht dastehen. Werden wir jetzt mal hier. Kurz beginnt aber mal schön bauen. Und das heißt hier werden wir jetzt nicht so schön bauen wollen. Ich mache es jetzt am Beginn. Da können wir das mal hier rein. Ich mache zumindest mal ein paar. So. Sind das genügend? Holz rein. Jawohl. Also. Und hier gibt es wieder. Da haben wir den Schnapsbrenner. Getreide, Paprika, Weinberg. Jawohl. Den brauchen wir nicht. Und die Weberei. Und den Guten. Der kann hier wieder zurück. Setz die Segel. Alles geleert. Sehr schön. Also. Haben wir da noch passende Schnapsbrennerei, Schneiderei, Getreide. Nö. Von daher. Passt das doch mal hier an dieser Stelle. Was wir jetzt natürlich machen könnten, wäre die Lehmgruben. Ausbauen. Oh. Er kauft ein Teil. Das will ich nicht. Mein Freund. Er kauft halt ein Teil von dir zurück. So. An dieser Stelle würde ich jetzt sagen, lassen wir es für diese Insel gut sein. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit dem Ausbau der Lehmgruben. Mit Ausbau von Crown Falls. Von daher. Bleibt mir gesund. Passt auf euch auf. Und bis bald. Ausbau von es wird. Bis zum nächsten Mal.